Schwarm Horx hier ist Hittadam. Ich übernehme die Flugleitung dieser Mission. Meine Anzeigen empfangen Sie an der mexikanischen Grenze, kurz 090, distanz 30 Meilen. Auf Befehl des Pentagon sind Sie autorisiert, den mexikanischen Luftraum einzudringen und Rebelleneinheiten aufzuspüren, die die US-Grenze bedrohen. Auf Ihrer Patrouille folgen Sie den Wegpunkten auf der Techman. An jedem Wegpunkt müssen Sie die Rebelleneinheiten angreifen und zerstören. Schwarm Horx bestätigt, Citadel. Wir sind bereit zum Angriff. Empfange Rebellenkonvoi auf 149. Angriffsfreigabe erteilt. Verchance, Citadel. Gut Jungs, dann mal an die Arbeit. Benutzen Sie die Raketen, um die Bodenziele anzugreifen, sobald Sie das Ziel erfasst haben. Führung, wir sind Raketenabschot. Abruf bestätigt. Sauber geschossen, zum zweiten Wegpunkt vorrücken. Roger, danke. Zweiter Wegpunkt erreicht. Habe vier Bodeneinheiten der Rebellen auf dem Schirm. Erledigen Sie sie. Bestätigt, gehen jetzt rein. Sie können mehrere Ziele auf dem Hand durchschalten, um das Richtige zum Angriff auszuwählen. Bodenziel zerstört. Gute Arbeit, Horx. Zum nächsten Wegpunkt vorrücken. Alle Fahrzeuge der Rebellen bei Sichtkontakt angreifen. Hespa, zieh dir mal den Rauch an. Ist das Rio de Juárez? Ja, sieht so aus, als würden die Rebellen einen harten Kampf liefern. Übrigens, einer meiner Freunde von den Special Forces meint, dass ein paar von ihren Leuten in Mexiko operieren. Melderebellenkonvoi, Kurs 242, Distanz 60 Meilen. Sie haben Angriffsschreigabe. Absichtkontakt zum Konvoi. Greifen jetzt an. Ziel aufgeschmeldet. Direkten Treffer auf Bodenzielkämpfer. Wir sind am Nachpunkt. Fliegen nun zum nächsten in der Reihe. Noch ein Rebellenkonvoi auf 259. Wachtfreigabe erteilt. Bestätigt, greifen jetzt an. Gegner in Raketenreichweite. Ich sehe mehrere Explosionsfahrführer. Direkter Treffer. Hawks, hier General Keating vom Sondereinsatzkommando. Aber eine Prioritätsanfrage für Luftnahunterstützung. Patrouille abbrechen und Befehle erwarten. Wir hören, Sir. Piloten das sehen. Hören Sie. In Ciudad Juárez braut sich was Übendes zusammen. Was ich Ihnen jetzt erzähle, ist streng gehalten. Wir haben ein Ghost-Team in der Stadt, das dem mexikanischen Militär Hilfe leistet. Sie wogen von Rebellenpanzern auf einer Plafa beim Markplatz festgenagelt. Wenn wir nicht schleunigst etwas tun, werden Sie überhanden. Sie brauchen sofort Unterstützung und dafür seid ihr die Richtige. Citadel lädt die aktuelle Position der Ghosts auf ihre Zeitmacht. Sie stehen unter Panzerangriff und brauchen schnell Luftunterstützung. Sobald Sie Ihre Position erreicht haben, markiert der Ghost Leader Ziele. Ihr Rufname lautet Fahrer Support und jetzt los.